Zwei außergewöhnliche Bücher für den Magieeinstieg. Mysterien, Mindvog und Magie – Willkommen in der Anderswelt. Für heute reaktivieren wir ein uraltes Format, nämlich unser Now-Format, wo wir aktuelle Entwicklungen oder Veröffentlichungen besprechen. Wir werden ja immer wieder mal gefragt, welche Bücher empfehlt ihr denn für den Magieeinstieg? Auf Deutsch gibt es das leider so gut wie nichts. Wir haben immer wieder verwiesen auf Aiden Wachter oder Jason Miller. Aber in den letzten Wochen sind fast zeitgleich zwei ungewöhnliche Publikationen erschienen und die stellen wir euch heute vor. Genau, dann fange ich mit der spaßfreien Variante an und mit der etwas trockeneren, weil das ist ja momentan so mein Ding. David Rankin, Klaves Intelligentarium. Halte ich jetzt mal hier so ein bisschen in die Kamera, damit man das Cover sieht von einem der führenden Grimoire-Forscher neben Stephen Skinner und Joseph Peterson. Es ist ein sehr dünnes Heftlein. Also vor allem, ich habe hier zum Vergleich den ersten Teil der Grimoire-Enzyklopädie. Da gibt es zwei und er plant einen dritten. Das ist nämlich außergewöhnlich, weil die Autoren, die sehr wortreich sind, tun sich im Normalfall schwer, sich kurz zu halten. Das ist eine Leistung, wenn er das schafft. Ja, und zwar, also der Untertitel ist A Complete Practical Manual of Conjuration of the Planetary Intelligences. Und genau das ist das Buch. Es ist tatsächlich, und das traue ich mich fast zu sagen, das erste und meiner Wissens nach auch einzige Buch, das sich erstens den planetaren Intelligenzen widmet. Da kann man vielleicht noch darüber reden kurz, was das ist. Aber es ist wirklich das Handbuch, nach dem ich jahrelang gesucht habe für Grimoire-Magie, für klassische. Das erklärt die Dinge jeden einzelnen Schritt von Anfang bis Ende. Das, was der Dr. Stephen Skinner seit Jahren verspricht, dass er es irgendwann einmal, wenn er die Zeit hat und wenn er nicht tausend andere Projekte hat, herausbringen wird, hat jetzt sein Freund und Kollege David Rankin gemacht. Das nimmt dich von Anfang bis Ende an die Hand. Du musst kein anderes Grimoire lesen. Du musst nicht 37 andere Bücher querlesen und quellen. Nimm das Buch und mach von Anfang bis Ende das, was da drin steht. Das kann man dann adaptieren für andere Grimoires und für andere Spirits und so weiter. Aber damit, das ist das meiner Meinung nach wirklich das eine Einsteigerbuch. Und das kam jetzt eben vor einer Woche oder eineinhalb, zwei Wochen raus. Entsprechend in der Praxis habe ich es noch nicht probiert, aber ich kenne mir so weit aus, dass ich sagen kann, ja, das hat Hand und Fuß. Das ist sehr gut durchdacht. Es ist quasi David Rankins Methode zum Beschwören von Spirits, in dem Fall Fokus auf diese planetaren Intelligenzen. Könnte man sagen, es ist das Buch, vor dem sich alle Arm-Germanchitions gefürchtet haben? Ja, weil jetzt gibt es keine Ausrede mehr tatsächlich. Also das ist so ein, da muss man dann noch, nein, das nehmen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 37, wie viele es auch immer sind. Einfach von Anfang bis Ende durchmachen. Das ist, ja, ich habe, ich hätte das gern vor fünf oder sieben Jahren oder schon vor 15 Jahren sowieso, aber hätte ich da schon gerne in der Hand gehabt. Ja. Also du hast jetzt noch nicht damit gearbeitet, hast du gesagt, aber so vom ersten Durchschauen her ist dir schon etwas aufgefallen, bei dem du sagst, oh, da habe ich irgendwo einen Schnitzer drin in meinem Ritualdesign oder, ah, ja, ist schon passiert. Ja, ja, schon. Also ich habe es schon durchgelesen, ja, in einem Sitz. Ich meine, ich habe jetzt nicht jede einzelne Beschwörung durchgelesen, aber die muss man, die stehen da nicht an drinnen, aber so den Grundkontext schon. Und es ist deswegen gut, weil es wirklich gut durchdacht ist. Also es ist jeder einzelne Schritt wohl überlegt, jeder einzelne Schritt hat zugegeben, es ist eben nicht moderne Magie, aber es ist eine moderne Version von klassischer Grimoire-Magie. Und jeder Schritt baut auf den anderen auf. Da ist kein unnötiger Schritt dabei. Aber umgekehrt, muss man fairerweise sagen, es ist auch nichts dabei, was man weglassen kann. Weil wenn du einen dieser Punkte nicht machst, bricht es zwar nicht auseinander, aber das ganze System baut darauf auf, dass du wirklich einen Schritt nach dem anderen durchführst und dadurch, er nennt es, magisches Momentum aufbaust. Und die Idee dahinter ist es, sozusagen mit jedem einzelnen Schritt magisches Momentum aufzubauen und all die Dinge, die magisches Momentum verhindern könnten, wegzunehmen, sozusagen. Und damit die höchstmögliche Erfolgschance für eine Beschwörung zu ermöglichen. Das heißt, es sind, was vor allem, also die meisten dieser Schritte ist Ritualvorbereitung, die Weihe von Ritualgegenständen. Es erweiht alles. Deine Robe sowieso, dein Ritualschwert, einen Stift, mit dem du das Siegel malst, da wird der Stift und die Tinte speziell geweiht. Es wird ein Stofftuch geweiht, in das du den Stift dann hineinlegst, damit er geweiht bleibt. Du musst sogar bis zum Ende deine Brille oder deine Kontaktlinse, deinen Ring, deine Ohrringe, dein Lippenpiercing, alles, sogar die Sicherheitsnadel, mit der du das Siegel an deiner Robe anbringst, alles wird geweiht. Und das hat aber in dem Ding einen Sinn. Es wird nicht wirklich erklärt, warum das so ist. Das versteht man, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt hat. Also er reduziert durch die Theorie sehr aufs Minimum. Aber da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich für mich merke, da habe ich manchmal so Schnitzer drinnen, ist vielleicht das falsche Wort, aber manche Dinge so ein bisschen flapsig übergangen oder halt so eine halbseitene Proforma, ja, ich weite dich halt auch noch mit so ungefähr, aber nicht so ein, okay, das ist völlig wahllos. Und da ist wirklich, du weißt zuerst eine Robe, die du dann anziehst, um mit der geweihten Robe dann den Stift zu weihen, damit du das nächste Geweihte, damit weißt du dann irgendwie das heilige Öl, mit dem du dann ein Schwert weihen kannst. Bauen wir alles aufeinander auf, sozusagen. Genau. Und das ist so ein bisschen sein Schmäh, unter Anführungszeichen, oder das, worauf es dann hinausläuft. Es ist nicht kompliziert, es ist aber auch nicht einfach, weil es einfach viel ist. Also ehrlich könnte man es sagen, vielleicht? Ja, also man braucht einmal zumindest einen Monat Vorlaufzeit, weil das heilige Öl, das Abramelinöl, das man herstellt, sollte zumindest einen Monat gezogen sein. Das ist quasi die Vorlaufzeit, die man, außer man hat das irgendwo anders her, aber das ist, wenn man von Null anfängt, ist das einmal so Minimum die Vorlaufzeit. Es sind aber keine super exotischen Sachen dabei, die man braucht. Es ist alles relativ einfach zu bekommen, aber es ist halt schon, okay, du musst das noch machen und jetzt musst du das noch machen und dann musst du das noch machen. Und das ist das Einzige, worum ich sage, es ist vielleicht für einen Anfänger nicht so gut geeignet, weil es im ersten Moment überfordernd wirkt. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt, aber dutzende einzelne Schritte, die jeder für sich jetzt nicht die große Herausforderung sind, weil du mischst halt ein paar Zutaten zusammen und stellst das weg und wartest einen Monat. Du brauchst jetzt keine geistige Höchstleistung dafür. Aber es ist halt ein Schritt von vielen und die Summe dieser einzelnen Dinge kann im ersten Moment, glaube ich, ein bisschen erschlagend wirken. Das ist der Nachteil, warum es für Anfänger vielleicht nicht geeignet ist und natürlich, weil es einem nicht liegt. Ja, wenn man sagt, ja, das will ich nicht. Dafür gibt es dann eben andere Bücher, auf die wir schon öfter verwiesen haben. Jason Miller's Consulting with Spirits zum Beispiel, ja, oder Eden Wachter, Six Ways, glaube ich, war es. Genau. Das ist eher das, was man so allgemein unter einem guten Anfängerbuch verstehen würde. Sind natürlich unten verlinkt. Genau. Ja. Und das sind beide Bücher, über die wir heute reden, sie sind außergewöhnlich oder ungewöhnlich in dem, was man jetzt nicht unbedingt jedem in die Hand drücken will. Aber wenn man irgendwie sagt, ich möchte es möglichst traditionell, aber auch modern machen, dann gibt es, glaube ich, gerade wirklich nichts Besseres als das. Tatsächlich. Genau. So weit kann ich schon sagen. Und Planetenintelligenzen, das ist jetzt so der Fokus dieses Buches. Genau. Dämonen oder irgendwas, sondern für die, die es nicht wissen, erklär noch einmal vielleicht kurz, was... Ja, es gibt zu den planetaren Intelligenzen gar nicht so viel. Die kennt man vor allem von Agrippa. Agrippa hat ein paar Beschwörungsformeln und Siegel dieser planetaren Intelligenzen irgendwo erwähnt. Und viel mehr weiß man über die erstmal nicht. Also es gibt nicht wirklich Großgrimoires oder wie macht man das denn eigentlich dazu. Und der David Rankin hat eigentlich immer empfohlen, Anfängern, wenn ihr mit irgendwas anfangen wollt zum Beschwören, weil die super wohlwollend sind, weil die sich relativ leicht beschwören lassen, sind die einfach Anfängertauglich, diese planetaren Intelligenzen. Und dann hat ihm der Jason Miller darauf hingewiesen, du empfiehlst immer den Leuten, sie sollen mit den planetaren Intelligenzen arbeiten, aber auch kein Mensch weiß über diesen planetaren Intelligenzen eigentlich wirklich sinnvoll. Also es gibt einem Anfänger keine Unterstützung sozusagen. Und daraufhin hat er sich einmal so ein bisschen hingesetzt und gesagt, eigentlich ist es eine gute Idee. Er hat einmal irgendwie so ein kleines Pamphlet veröffentlicht, aber das hat ihn dann dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben. Die planetaren Intelligenzen sind, man kann sich das ungefähr so vorstellen, es gibt die planetaren Erzengel, die großen sieben Erzengel für jeden Planeten einen. Und die sind aber oft sehr schwer zu erreichen in Beschwörungen. Die ruft man zwar oft oder deren Energie lädt man oft ein in allen möglichen Ritualen, aber jetzt wirklich einen Erzengel beschwören ist härteste Arbeit, sage ich einmal. Also die kommen nicht leicht persönlich vorbei. Aber direkt quasi unter dem planetaren Erzengel steht die planetare Intelligenz sozusagen. Und die ist scheinbar relativ zugänglich. Und es ist quasi deren Job, es klingt jetzt blöd, aber es ist quasi deren Job, Aufträge zu erfüllen oder Dinge zu tun. Sie sind allwissend, sagt man, in dem Sinn, weil sie aus der Ewigkeit erschaffen sind für die Ewigkeit und deswegen quasi alles wissen, was sie betrifft oder was die Zeit betrifft. Also sie können über die Zeit hinweg begleiten und Aussagen treffen, Zukunftsprognosen. Also sie sind super für so Informationsgewinnung scheinbar. Aber vor allem wirklich auch für praktische Wünsche und das scheinen die relativ gut zu erfüllen. So sagt man, wie gesagt, ich habe mit dem planetaren Intelligenz noch nicht wirklich gearbeitet. Und ja, warum auch der David Rankin das spannend fand überhaupt als Projekt war, es gab eben dieses Siegel, die der Agrippa damals irgendwie mit einer bestimmten Methode aus der Kabbalah erstellt hat. Und die Methode war dem David Rankin bekannt, aber er hatte die Schriften vom Agrippa gerade nicht dabei und wollte aber so ein Ritual machen und hat dann gedacht, ich weiß ja, wie ich dieses Siegel erstelle nach dieser Methode und hat das erstellt, hat das Ritual gemacht, hat funktioniert, kam dann heim und hat dann die Unterlagen verglichen und hat festgestellt, dass sein Siegel ein bisschen anders ausschaut als das vom Agrippa und hat sich gewundert und hat gedacht, er hat einen Fehler gemacht und ist dann draufgekommen, dass der Agrippa einen Fehler gemacht hat beim Erstellen dieser Siegel oder sie absichtlich anders dargestellt hat oder ihm die Spirits halt gesagt haben, ja, so wird es ausschauen normalerweise, aber verändere sie, weil das ist quasi noch einmal besser für unseren persönlichen Kontakt jetzt zwischen Agrippa und dem Planetaren. Vielleicht war das so, aber die Siegel sind nach der Methode nicht korrekt hergestellt oder nicht ganz korrekt und die korrigiert er auch in dem Buch. Das Einzige, wie diese Siegel hergestellt werden, die Methode erklärt er meiner Meinung nach nicht gut für einen Anfänger. Braucht man nicht unbedingt, aber muss man mitdenken. Also das ist für einen Anfänger, da steigt er, also da hat es auf zu wenig Seiten zu kompliziert erklärt, meiner persönlichen Meinung nach. Ich kann es nachvollziehen, aber es war schon so im ersten Moment so ein, what the fuck, was will er von mir? Und dann so, ja, okay, ja gut, ich kann es mir, ja, na gut, ich verstehe es, aber ich bin halt auch kein Anfänger in dem Bereich. Aber ansonsten, ja, scheint mir wirklich. Okay, ja. Im Vergleich zu den Seven Spheres von Rufus Opus, das ja auch ein sehr niederschwelliges Buch ist, auch so ein Einsteigerbuch zur Planetenmagie, was würdest du da sagen? Ist das sicher besser, ja. Und zwar nicht, weil das Buch vom Rufus Opus schlechter ist, sondern das Buch vom Rufus Opus ist einfach eine modernere Form von Planetenmagie. Also man beschwört halt die planetare Kraft und nicht unbedingt einen speziellen, sehr allumfassenden Spirit. Die Rituale vom Rufus Opus sind eher sowas wie eine planetare Pfadarbeit im weitesten Sinne. Also das ist auch darauf ausgelegt, dass du quasi die Sphären nacheinander bereist. Und das ist hier nicht so. Das ist halt wirklich mehr so klassische Grimoire-Magie. Du suchst dir einen Spirit raus, den du beschwörst. Und das wirkt ein bisschen ritualmagischer, also wirklich mehr so wie ein klassisches Grimoire-Ritual. So. Das ist einfach ein anderes Ding, was man macht, ja. Großartig. Schön, dass es sowas langsam auch gibt, ja. Ich habe den Eindruck, dass auch die wirklich großen Forscher sich ein bisschen aus dem Elfenbeinturm herauswagen. Ja, endlich. Gott sei Dank, ja. Aber ist natürlich auch klar, man muss einmal auch eine, manchmal muss man Jahre und Jahrzehnte Vorarbeit leisten, bevor man dann sagen kann, okay, ab jetzt macht es Sinn, das Ganze kondensiert, seriös, untermauert und nicht nur für die eigene Praxis, experimentell oder was auch immer, Privatheit zu machen, sondern das kann ich jetzt Leuten präsentieren. Ja, ja. Irgendwas kompliziert darzustellen, ist keine große Kunst. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, schön. Was ist jetzt zu beziehen nur bei Hadeon Press, wo es rausgekommen ist? Ich weiß nicht, ob es irgendwann auf Amazon kommt. Amazon hat immer etwas komische Preise, wenn es um Bücher von Hadeon Press geht. Die sitzen halt in England, das heißt, man hat wahrscheinlich, ich glaube, ich habe Einfuhrumsatz. Ich habe es ganz normal bestellt. Bei Hadeon Press oder wo? Nein, nein, bei Amazon. Ah, okay. Und zwar nicht England oder irgendwas. Okay, ich habe es direkt bei Hadeon Press bestellt. Weil, ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Hadeon Press Büchern, die bei Amazon dann im Preis komplett absurd. 25 Euro, 70 Euro schwanken in halb und drei Tagen. Okay, okay. Deswegen habe ich es halt in England gleich direkt bestellt. Genau, aber vielleicht ein guter Tipp, also falls es Preise vergleichen, lohnt sich. Genau. Und im Zweifel beim Hadeon Press direkt bei einem Verlag, die paar Euro, kann man eben, die sind beim Verlag besser aufgehoben als bei Amazon. Das ist definitiv wahr. Sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt erstmal nicht dazu zu sagen, das Dritte. Kommen wir zu deinem. Dein Buch ist ein bisschen spaßiger, ich weiß nicht. Ja, das kann man durchaus sagen. Es ist wesentlich, es ist auch sehr speziell und es ist sehr außergewöhnlich. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, in der Kindheit, da gab es so Bücher, die, also zumindest ich hatte so Bücher, die so schwer zu beschreiben, so Spielvorlagen beinhaltet haben. Eins hatte ich zum Beispiel so, wie macht man Zirkus? Ja, so wir machen in unserer Siedlung oder irgendwie so Zirkus. Oder zu anderen Themen. Die hießen dann meistens irgendwie so Spezialausgabe oder Sonderheft. Und da waren dann so Anleitungen drin, Ideen, wie man so ein Projekt aufbaut. Es waren teilweise Geschichten drinnen, Comics, Rätsel oder was zum Ausschneiden, Spiele, solche Sachen. Und diese Art von Sonderausgabe oder diese Art von Büchern heißen auf Englisch Bumperbook. Und da ist jetzt ein seit langen Jahren erwartetes Buch endlich erschienen. Und zwar dieser Schinken hier. The Moon and Serpent Bumperbook of Magic. Von niemand geringerem als Alan Moore. Ein, also wirklich, wie beschreibt man dieses Buch? Ich kann es am besten zeigen. Also es richtet sich natürlich an Erwachsene, aber es ist so geschrieben im Stil von diesen Kinder-Jugend-Büchern. So, hello boys and girls. Und heute machen wir, was weiß ich, so. Allein schon innen, schaut das schon einmal so aus. Und auch mit so, dieses Buch gehört und alles. Es ist also unglaublich sympathisch aufgemacht. Der Humor hat er ja manchmal, der Alan Moore. Der Humor hat er ohne Ende. Es ist, es beginnt mit einem Comic so über den ersten Magier, wenn man so will, wie in der Prähistorie das begonnen hat. Und dann sind wirklich Beschreibungen drinnen, auch so, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das so mit Magie? Und es fangt wirklich so ganz, ganz klein an. Es gibt so Abschnitte wie Things to do on a rainy day. Was machen wir, wenn wir draußen nichts unternehmen können? Wir basteln uns einen Altar. Wie macht man sowas einfach? Das ist, solche Abschnitte hat er. Zwischendurch gibt es dann immer wieder so Comic-Seiten, wo er auf einer Seite eine Biografie eines berühmten Magiers oder einer berühmten Magierin vorstellt. Und zwar beginnend wirklich von der Antike, von legendären Gestalten bis hin dann zu historisch belegten Figuren. Dann gibt es eine Fortsetzungs-Kurzgeschichte, die im Edwardianischen London spielt. Das ist The Soul. Das ist der Beiname eines weiblichen Aktmodells, die einem Maler von mythologischen Szenen zur Verfügung steht und dann halt Visionen hat, ganz schreckliche Dinge, die passieren. Das ist wunderschön illustriert auch. Also da sieht man, dass in ihrem Traum begegnet ihr ihre Nemesis und dann merkt sie, okay, sie muss sich einmal mit Magie beschäftigen. Und diese Dinge wechseln immer wieder ab, bis hin dann zu wirklich Erklärungen von, wie sagt man, also wirklich so gelehrten Essays über magische Themen. Eins zum Beispiel über Kabbalah, Tree Climbing for Beginners. Da hat er wirklich so eine Übersicht drinnen über den Lebensbaum und erklärt dann jede Sefirer sehr ausführlich, stimmt nicht, sehr knapp, aber so dicht und so genau, dass es wirklich, also wer sich noch nie mit dem Lebensbaum und mit dem Sefirer beschäftigt hat, absolut schlüssig ist. Und so, ah, okay, ja, kann man nachvollziehen, ist gut. Gut, auch gleich die Clifford dann, die Schattenseite und auch immer wieder, was macht man damit. Und das geht so weiter. Irgendwann gibt es eine Sey über Tarot, über, die beziehen sich dann immer wieder alle aufeinander. Also das, was er im Theorie-Teil erklärt hat, kommt in der Kurzgeschichte, in den Fortsetzungen dann in fiktionaler Form wieder vor, sodass man sagt, ah, okay, so kann man das jetzt einsetzen. Oder diese praktischen Anweisungen, die Things to do on a rainy day, kommen da auch wieder vor, dass man, aha, so kann man Bannung machen. So, wenn man nicht aufpasst, verfällt man den Schattenseiten der Sefirot. Oder dann beschreibt er einzelne Welten, die man bereisen kann. Da auch noch einmal genau jetzt die zwei Sefirer, also Sefirotot und Netzach, bis hin dann zu, was gibt es denn da, schamanische Welten und die Tadwass und also sich die henochischen Ethüre und der Hexensabbat und alles, was man sieht, so wirklich übersichtsmäßig dargestellt, welchen Wesenheit man begehen kann. Sehr schön, dann zwischendurch immer wieder eben so diese Comic-Biografien über berühmte Magier. Also man hat, wenn man das Buch durchliest, kriegt man wirklich einen sehr guten Überblick, würde ich sagen, über westliche Magie. Ich muss sagen, sehr stark Golden Dawn orientiert. Ja, das ist halt bei El Muso, ja. Ja, da kommt man, das ist einfach sein Ding. Und man muss ja sagen, er hat das ja zusammengeschrieben mit Steve Moore, nicht verwandt, das war sein Mentor. Steve Moore ist 2014, glaube ich, gestorben und die haben beide eben einen Orden gegründet auch und stellen da auch ein bisschen ihre Ordensphilosophie vor, die eben stark angelehnt ist an diese westliche Magie. Und am Ende des Buches gibt es dann auch noch, wenn ihr euch erinnert, das gab es auch in Comics oder so immer wieder als Spezialdinger, als Beilage, dass man sowas ausschneiden hat können, um was zu bauen. Mit so Falzlinien und dann hier Klebstoff und so und dann ineinander stecken. Und da gibt es auch so, dass man sich oder ja, den eigenen Tempel baut. Und das sind dann die, ich finde das so großartig, da die Außenseiten, also wenn man ganz psychologisch jetzt... Also irgendwie die Schnittmuster drinnen gehört. Ja, ja, komplett. Das zum Beispiel ist der Boden. Und das hat er dann noch... Ja, auch so ganz... Das kann man wirklich so ausschneiden und dann damit spielen. Irgendwo gibt es noch, wo ist denn das, Magierfiguren. Die stehen dann, der sagt, das ist optional. Mit denen kann man dann spielen, die kann man dann so reinstellen. Genau da. Ich finde es so großartig, diese Verspieltheit bei dem Ganzen. Mit magischem Kreis und so. Ja, ja, alles. Also da hat er wirklich was geschaffen, das unglaublich Freude macht, vor allem zu lesen. Hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Also ich meine, er hat ja schon in manchen Comics damit gespielt, mit diesen Sachen, so ganz unerwartete Dinge, so eine Spezialbrille beigelegt oder solche Dinge. Also er hat sich schon in Comics auch getraut, so über die üblichen Dinge hinauszugehen und sehr unkonventionelle. Nicht nur im Comic-Stil unkonventionelle Dinge von der Geschichte und so weiter, sondern auch das Medium-Comics sehr ungewöhnlich und experimentell benutzt. Genau. Aber dass er das, weil er gilt schon, also gerade in der Magie, schon eher so als... Ich weiß nicht, wie viele... Ich meine, er nimmt das sehr ernst. Er nimmt, ja. Und gleichzeitig wiederum, das ist ja so, wie Alan Moore zur Magie gekommen ist, ist ja auch, er verehrt ja Glükon. Das ist eine Schlangengottheit aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, aus dem Mittelmeerraum oder östliches Mittelmeer, der ziemlich sicher irgendwie eine erfundene Gottheit von irgendeinem wandernden Scharlatan, der Menschen einfach abgezockt hat, der Alexander von Abunodachos. Und der, ja, der hat diese wahrscheinlich eine lebende Schlange versehen mit einer Handpuppe, so als Kopf und Bauch geredet, Prophezeiungen von sich gegeben. Auch die Biografie hat er drinnen. Und das ist, Lukian hat das beschrieben, der war ein Gegner von ihm, ja, wer weiß. Aber, und den hat sich Alan Moore ganz bewusst ausgesucht als, also diese Gottheit, als Patron irgendwie. Das ist so offensichtlich ein Fraud, ein Betrug. Und, also das zeugt dann schon wieder von einer großen Selbstironie. Aber so mit sogar dem kleinen magischen Kreis und so, das ist, eigentlich ist es sehr chaosmagisch. Das könnte auch von Grant Morrison genau so sein. Ja, und das darf man Alan Moore auf keinen Fall sagen. Eben, ja. Er hat ja auch, zum Schluss geht er in seiner Entwicklung der Magie, geht er auch auf die Chaosmagie ein. Ja, er lässt, er macht es nicht. Nein, 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 also. Aber es ist, ja, sehr, sehr gut. Also, ich hatte es ja noch nicht. Ich habe nur, als es dann, als es rauskam, ist es ja in allen Signalen, die Freundeskreisen sind, die Bilder, so jeder hat es gepostet. Jeder postet es gerade. Und das war so ein, okay. Ich habe es gar nicht am Radar gehabt, musste ich sagen. Überhaupt nicht. Es ist komplett an mir vorbeigegangen. Alan Moore ist seit ein paar Jahren komplett weg vom Fenster aus meiner Wahrnehmung. Was der eigentlich gerade tut. Ich glaube, sein Jerusalem-Ziegel war so das Letzte, was ich von ihm eigentlich mitbekommen habe. In Wahrheit. Er hat ja aufgehört, Comics zu schreiben. Davon hat er sich verabschiedet. Aber er schreibt eben Romane und Kurzgeschichten. Und er macht für seinen Orden so Workings. Die werden oder wurden als CD veröffentlicht auch. Das sind seine, also Lesungen seiner Texte an besonderen Orten und dazu Musik und so weiter. Und das entwickelt einen ganz spannenden, ich meine, allein seine Stimme, wenn er seine Texte liest. Ich fall sofort in Trance, wenn ich dem zuhöre. Aber ich habe Anfang des Jahres ein Interview mit ihm gesehen, wo er und Susanna Clarke miteinander gesprochen haben. Susanna Clarke, die Jonathan Strange und Mr. Norrell geschrieben hat und so. Und die beiden haben sich Rosen gestreut ohne Ende. Und du merkst, dass er, er war total freundlich. Aussehen tut Alan Moore ja wirklich so, wie du willst dem auf keinen Fall nachts allein begegnen. Und er hat am Ende von dem Interview hat auch noch einmal, ja und danke fürs Zuschauen. Und hat wirklich so muah, muah, muah in die Kamera gemacht. Okay. Und er schreibt ja, ich meine, kurzfassern kann er sich nicht. Nirgendwo. Das ist wirklich ein, deswegen finde ich das beim Rankin so super, wenn er das schafft. Moore ist immer geschwätzig. Aber er ist highly readable und highly enjoyable. Ich muss das jetzt noch einmal raussuchen. Ich habe so lachen müssen, wie er seine Formulierungen hat. Die liefert Levi, oder? Ja, genau. Das war so ein Beispiel. Genau, hier ist es. Obwohl er diese, wie soll ich sagen, alten Meister, wenn man das so nennen kann, wichtig nimmt und verehrt, deckt er natürlich auch auf, was nicht stimmt so dran. Und da beschreibt er Eliphas Levi. An erudate scholar who sometimes seemed to have a playful and creative relationship with facts. Ich meine, er ist halt schon, er ist ein Gentleman. Aber er ist so herrlich britisch. Und gleichzeitig so eine scharfe Zunge. Großartig. Also es ließ sich wirklich gut, auch die unterschiedlichen Stile. Diese fortführende Kurzgeschichte, die dann vielleicht länger eine Novelle annimmt insgesamt, ist echt schön und gut zu lesen. Und wie gesagt, die Sachtexte absolut verständlich. Und eben mit diesem feinen Humor. Ja, ich bin nicht mit allem einverstanden, natürlich, was das so sagt. Aber großteils ist es wirklich ein fantastischer Überblick. über die gesamte westliche Magie. Und es ist nicht günstig. Also, ich meine, es ist auch, es ist natürlich, ich habe es gesehen, es ist aufwendig produziert. Aber das kostet 50 Euro. Also, es ist schon ziemlich, ziemlich dick. Aber allein, ich meine, diese wunderbaren Illustrationen, eine hat mir so gefallen. Mal schauen, dass ich die finde noch. Die möchte ich noch einmal zeigen. Und er geht auch sehr, sehr klar her. sagt bald einmal so, eben bei der Praxis, fängst du dir an a rainy day. Wie, wie kann man irgendwie so Einblick kriegen in die magische Welt? Naja, entweder durch Meditation oder luzide Träume oder man nimmt die entsprechenden Pilze. Ganz klar so. Oder, um andere Zustände zu erzeugen, ja, da kann man halt transgressives Verhalten nutzen. Und so, es ist schon sehr, also, das heißt wirklich so, natürlich sagt er, mit Vorsicht zu genießen, aber es funktioniert so. Akte von Tabu-Verletzungen oder sexuellen Ausschweifungen und also, da ist er noch sehr, relativ direkt, ja, Er ist auch in seinen Comics nicht, hätte er sich nicht sehr zurückgegangen. Das hat er nie gemacht. Nein. Ich finde das jetzt gerade nett. Aber während du suchst, ja, da ist das noch einmal, schaut es mal, so die Mondsphäre, die bereist. Es ist einfach wirklich, wirklich schön. Genauso, ich glaube, vielleicht, wenn ich es auf einen Satz reduzieren müsste, dieses Buch schafft es, wieder diesen Sense of Wonder hervorzurufen, den man als Kind oder Jugendlicher gehabt hat, oh, da gibt es Magie. Und zwar auch durch die Form. Eben, er spielt gern mit Form auch und das macht er perfekt. Und wie gesagt, es macht wirklich Freude. das Buch zu lesen. Und da in dem Sinn ist es wirklich, also das Gegenstück zu dem, weil das geht da halt komplett verloren. Also das ist wirklich, es ist nicht schlecht, im Gegenteil, aber es ist halt, es ist halt sehr trocken. Du hast einfach nur die Beschwörung, die war ja zuerst das, dann das. Und das kann halt, und das ist aber auch ein bisschen eine, die negative Seite von dieser ganz, von dieser westlichen Grimoire-Tradition, dass sie teilweise viel zu verkopft ist und viel zu Fakten, Historien, trockene Beschwörungstexte, sieben Stunden, Fasten, bla, also sehr asketisch. Und das hat zwar eine Power in sich, aber dieser, dieser, ja, dieser Sinn für das, für das Magische, diesen, diesen Zauber in der Welt sehen, das kann da potenziell verloren gehen, tatsächlich. Also da finde ich das ganz gut. Aber was ich gerade fragen wollte, ist die, erzählt da nur ein bisschen was über, wie man das praktisch umsetzen kann oder hast du das Gefühl, dass es für einen Anfänger nicht nur einen theoretischen Überblick gibt über verschiedene Fachbereiche und so eine Grundausbildung oder so eine Grundschule sozusagen, sondern dass er auch wirklich, hey, ich kann jetzt wirklich für die Praxis Dinge rausziehen? Schon auch. Also nicht so explizit wie im Buch von David Rankin, aber doch, doch, er nimmt einen Schorn an der Hand. Eben zum Beispiel, er sagt als erstes, bastel dir in den Altar und so geht das und er wähle dir eine Gottheit. So, so, fucht dir aus, wer dich anspricht und mit der bist du dann halt verbunden und die Rolle und die Wichtigkeit von Kunst stellt das sehr immer wieder in den Vordergrund. Klarerweise, das Magic das ist ja sein Credo und sagt aber immer und dann mach das oder für die magischen Gegenstände, wie stellst du die her, was brauchst du dazu oder woran erkennt man die besonderen Pilze, wenn man sie sammelt? steht alles so drin. Die man hoffentlich ein gutes Pilzbuch hat und nicht stirbt. Genau, don't try this at home, Leute. Also, da sollte man wirklich genau wissen, was man tut, aber, ja, doch, gibt es schon so vor, aber wechselt halt dann immer wieder ab. Da nehmen wir die Comics dazwischen und die Kurzgeschichte und zwischendurch die theoretischen, sehr ausführlichen Anleitungen innerhalb dieses Buches, ausführlichen Anleitungen. Aber ich finde gerade dadurch, dass sich das alles immer wieder aufeinander bezieht und er dadurch verschiedene, wie soll ich sagen, Bereiche unseres Bewusstseins anspricht oder auch verschiedene Lerntypen und so, verfestigt sich's auf eine Weise. Das ist didaktisch sehr klug. Ja, klingt so. Das kann für manche im ersten Moment ungewöhnlich wirken, aber es sind ja eben, wir haben ja jetzt hier zwei außergewöhnliche Bücher, aber das ist tatsächlich eben auch, aber da merkt man dann wahrscheinlich seine Erfahrung mit dem Medium Comic, weil das kann ja das auf eine Art und Weise, wie das wenig andere Medien können, so dieser Wechsel von verschiedenen Arten, wie man eine Geschichte erzählt und dadurch aber einen ganz anderen Impact haben, als würde man einfach 700 Seiten Buchzeilen vor sich haben oder einen Special-Effekt-Schinken an der Kinoleinwand. Genau. Dieses Mischen und Springen von verschiedenen Dingen, also da scheint mir sehr, also da hat er einfach Jahrzehnte Erfahrung, wie man das perfekt macht. Klar, und das macht keiner so wie er. Ebenso wie du gesagt hast, in, ich glaube, war es das letzte Buch von The League of Extraordinary Gentlemen, The Tempest, da liegt wirklich eine 3D-Brille bei, so in Rot und Grün, und das sind Zeiten dann immer wieder, wenn sie in einer anderen Welt sind, so gedruckt, dass du es nur lesen kannst und du siehst es dann in 3D, so Sachen, oder teilweise, wo du Comics drehen musst, um die Geschichte zu verfolgen und er reizt das Medium wirklich immer aus und das, eben, er ist als Comic-Autor natürlich sehr bekannt und wenn man Comic erwartet, dann wird man enttäuscht. Ja. Da sind immer nur wenige Seitencomic dazwischen, es ist hauptsächlich Text. Ich meine, böse Zungen sagen ja, das ist teilweise bei so einem Comics auch der Fall. Also, man kann schwer einfach Comic lesen, er hat immer wieder seitenweise Texte. Bitte. Winziglein in Hand geschrieben, nicht mal in Druck. Bei Providence. So Arschloch. Ja. Und man kann es nicht überspringen, man braucht es. Das ist gemein. In dem Fall muss ich aber dazu sagen, ist der Text einfach wirklich auch unglaublich schön gesetzt. Die Farben sind super. Es ist einfach, auch als Buchtext ist so, ja, es ist einfach wirklich, wirklich schön gemacht. und es sind wenige Seiten, wo nur Text ist. Wie gesagt, es ist viel illustriert und ich fühle mich, wie gesagt, wirklich wieder so ein bisschen wie als Zehnjähriger, der sagt, boah, was könnte ich jetzt anstellen, was mache ich? Und eine Idee nach der anderen. Irgendwo hat das sogar, das fällt mir noch ein, am Schluss drinnen. Aber das schafft nicht vieles, gell? Also, es gibt nicht viele Dinge, die das bei mir schaffen, wenn ich ehrlich bin heutzutage. Absolut. Das ist jetzt Finde. Einen Parfumet, den man so, du malst die Striche von 1 nach 2, 3, 4 und zum Schluss hast du einen Parfumet. Auch sowas ist drin. Es ist, es wirkt einfach total lieb und wohlwollend. Ja, klingt super. Nöblich beide Bücher nur in Englisch. Das ist halt leider so. Ja. Ja. Was soll man machen? Genau. Also, damit hoffen wir, euch eine Möglichkeit gegeben zu haben, wenn immer wieder eben so diese Frage auftaucht, womit soll ich anfangen, ich habe noch wenig Erfahrung oder so. das wären zwei Möglichkeiten. Ja. Und ansonsten. Ich glaube, sonst haben wir eigentlich nichts viel, außer abonniert den Kanal, lasst ein Like da, empfehlt uns weiter, Patreon, da ist immer irgendwas los. jetzt werde ich gerade eine Hypnose, werde ich wahrscheinlich heute noch hochladen für Leute, die gerne so Qigong und so Sachen praktizieren, dass wir das ein bisschen so die Qi-Energie spüren, dass man das ein bisschen unterstützen kann und so Sachen, damit ich mal was anderes mache, als immer nur Fragen beantworten oder meine Empire-Sendungen. Also sowas findet man bei uns auf Patreon auch immer mal wieder. Ansonsten, ja. Die Magie-Schule. Ah ja, sowieso. Ja, also wenn man wirklich eine fundierte Ausbildung erleben möchte oder auch zu spezialen Themen, dass ich wieder mal die Magie-Schule erwähne überhaupt. Magie-Schule.at aber ist natürlich eh auch unten in den Shownotes verlinkt. Ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Die Welt ist magisch.